Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Ein Familienbetrieb und Dienstleister aus Leidenschaft. Das ist die Müller Hausgeräte GmbH in Bretten-Neibsheim. Bereits seit über 45 Jahren überzeugt das Traditionsunternehmen mit seinem umfangreichen Qualitätsangebot. Kunden können hier nicht nur Top-Produkte namhafter Hersteller kaufen, sondern sich vor allem auf einen zuverlässigen Reparaturservice durch erfahrene Profis verlassen. Von Wasch- und Spülmaschinen über Kühl- und Gefrierschränke bis hin zu Backöfen, Dunstabzügen und Kochfeldern. Frei nach dem Motto «Geht nicht, gibt's nicht» werden alle Haushalts- und Einbaugeräte im Nu wieder auf Vordermann gebracht. Ob in der Fachwerkstatt oder direkt bei Ihnen zu Hause. Christian Müller und sein Team legen großen Wert auf eine schnelle und verlässliche Hilfe im Notfall. Dank regelmäßiger Schulungen sind die Experten garantiert immer am aktuellsten Stand der Technik. Müller Hausgeräte – lassen Sie sich beraten!